Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Platz 339 auf einer 400-Plätze-umfassenden Rangliste, das ist für einen Menschen wie Donald Trump vermutlich bereits eine große Schande. Doch der ehemalige Präsident der USA ist jetzt sogar komplett aus dem Forbes-Ranking der 400 reichsten US-Amerikaner geflogen. Und das zum ersten Mal seit 25 Jahren. 2020 hat er erst noch auf Platz 339 geschafft. Dieses Jahr fehlten ihm rund 400 Millionen Dollar, um überhaupt in den Top 400 zu landen. Zeit für Spendenaufrufe ist allerdings noch nicht. Das Wirtschaftsmagazin schätzt Trumps Vermögen, wie schon im vergangenen Jahr, auf 2,5 Milliarden Dollar. Nur die Konkurrenz ist stärker geworden. Trump hatte während seiner kurzen Präsidentschaft auch immer wieder betont, dass das Amt ihn Milliarden Dollar kosten würde. Kritiker gehen allerdings davon aus, dass er aus seiner Präsidentschaft eher Profit geschlagen hat, auch wenn er die Führung seines Firmenkonglomerats offiziell an seine Söhne abgegeben hatte. Trotzdem blieben die Unternehmen in seinem Besitz. Und Medienberichten zufolge hielt Trump auch aufwendige Veranstaltungen in seinem Anwesen ab, die der damalige Präsident der Regierung oder seiner republikanischen Partei in Rechnung stellte. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017